21 Millionärsregeln, die du brauchst, um reich zu werden. Regel Nummer 11. Schreibe täglich 10 neue Ideen auf. Schreibe ein Ideentagebuch, ein kleines Büchlein, was du immer bei dir hast, und schreib da jeden Tag mindestens 10 neue Ideen rein. Du musst nicht unbedingt handeln an diesen Ideen, du musst nicht so aktiv werden mit diesen 10 Ideen, aber schreib sie auf. Und dieses Ideenbuch wird zu deinem Tresor der Ideen und des Wissens. Und nimm das Ganze auf, schreib es auf, jeden Tag 10 Ideen. Und dir werden immer mehr Ideen zufließen und irgendwann wirst du die Mega-Idee haben, die dich super reich macht. Ideentagebuch, jeden Tag 10 Ideen aufschreiben. Mach es zu einer Angewohnheit, zu einem Habit, dass du immer 10 Ideen jeden Tag aufschreibst. Und die Ideen werden dir nur so zufliegen und dann hast du die Möglichkeit, die besten Ideen zu verwirklichen. Schau dir die anderen Videos noch an hier auf unserem Kanal. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn dir die Videos gefallen haben, dann lass einen Daumen hoch, abonnier unseren Kanal, teile das Video mit deinen Freunden, pass es auf Facebook. Du findest viel mehr Informationen noch auf meiner Webseite www.gunnarkessler.com oder auf unserer Webseite www.wasreiche-ihren-kindern-beibringen.de Link hier unter dem Video. Nun, abonnier den Kanal, lass einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat, teile das Video mit deinen Freunden und schau dir die weiteren Videos auf unserem Kanal noch an. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.